Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug von Heinrich Hoffmann Paulinchen war allein zu Haus, die Eltern waren beide aus. Als sie nun durch das Zimmer sprang mit leichtem Mut und sing und sang, da sah sie plötzlich vor sich stehen, ein Feuerzeug nett anzusehen. Ei, sprach sie, ei, wie schön und fein, das muss ein Trefflichtspielzeug sein. Ich zünde mir ein Hölzlein an, wie's oft die Mutter hat getan. Und Minz und Maunz, die Katzen, erheben ihre Tatzen, sie drohten mit den Pfoten, der Vater hat's verboten. Miau, 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 lass stehen, sonst brennst du lichterloh. Paulinchen hört die Katzen nicht, das Hölzchen brennt gar lustig hell und licht. Das flackert lustig, knistert laut, grad wie ihr's auf dem Bilde schaut. Paulinchen aber freut sich sehr und sprang im Zimmer hin und her. Doch Minz und Maunz, die Katzen, erheben ihre Tatzen, sie drohten mit dem Pfoten, die Mutter hat's verboten. Miau, 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 wirf's weg, sonst brennst du lichterloh. Doch weh, die Flammen fasst das Kind, die Schürze brennt, es leuchtet weit. Es brennt die Hand, es brennt das Haar, es brennt das ganze Kind sogar. Und Minz und Maunz, die schreien, gar jämmerlich zu zweien. Herbei, herbei, wer hilft geschwind? Im Feuer steht das ganze Kind. Miau, 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 zu hilf. Das Kind brennt lichterloh. Verbrannt ist alles ganz und gar, das arme Kind mit Haut und Haar. Ein Häuflein Ascher bleibt allein und beide Schuhe so hübsch und fein. Und Minz und Maunz, die Kleinen, die sitzen da und weinen. Miau, 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 wo sind die armen Eltern, wo? Oh, und ihre Tränen fließen, wie's Bächlein auf den Wiesen. Das Ende. If you thought the Grimm Brothers were weird, just wait until we get to the rest of these Strovelpeter stories. This is the first one that I'm going to be doing on the list of Strovelpeter stories. Of course, this one is kind of messed up because, well, who leaves their kid at home? And second of all, why would she catch herself on fire? So, anyway, uh, that was messed up. If you want to see more fairy tales, we've got some stories over here with the Grimm Brothers is what I've been working on. I've got several of those now. If you want to see some German grammar videos, I've got those as well. And I've also got some songs and some resource reviews that you can find online if you go ahead and click on some of those buttons over there. Thanks for watching. See you next time. Bye.